Ich begrüße euch wieder ganz herzlich zu Let's Play Call of Duty Man and Warfare 2 Wir befinden uns hier inmitten eines riesigen Schlachtfeldes, und zwar zwischen Shepard und Makarov Die haben sich nicht so lieb und ja, wir wissen ja, Shepard hat uns hinterrückshältig verraten Und wir, ah, so, sind, ja, inmitten ihres Krieges gelandet Ach, Mist So, was ist hier eigentlich mein Ziel? Ihr meint, hier ist hier so wenig Aufmerksamkeit wie möglich auf mich zu lenken Denn so bekämpfen sich die, also Shepard und Makarovs Leute schön untereinander Und ich kann dann den Rest haben So, ich glaub, das war... Immer noch einer Da hinten! Hallo! So! Der sieht mich doch nicht mal an! So! Schweinein! Sabol! Ist ne sehr... B-b-b-b-b-b-b- Ähm... Hanspruchs... erforderliche Mission potenziell Ja, könnte man sagen, denn man muss immer aufpassen Gut Deckung suchen und nicht von den Gegnern auseinandergenommen werden. Oder was gesagt, um nicht von den Gegnern auseinandergenommen zu werden. Ich höre Hunde, Hunde, keine Hunde mehr, gut, bin ich froh, sorry, ich wusste nicht, dass du mit dem Gassi gehen willst, aber ja. Steht da noch, steht da noch, der steht noch, der bewegt sich noch, jetzt nicht mehr. So, der ist ruhig, für den habe ich ein ganz besonderes Geschenk. Hi. Ähm, ja, das gefällt mir gar nicht. Ich finde die Deckung, in der ich bin, die ist sehr unvorteilhaft. Muss ich mal so sagen. Da kommen wieder ein paar. Ups. Da ist. Ab. Mann! Treffe ich den gar nichts mehr? Hi. Ähm. Ah, hier hinten. So. Da ist wieder einer verschwunden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, es ist... Die kommen von überall und das habe ich gar nicht gehört. Hui! So eine bleihaltige Luft. Das ist ein sehr... Wie könnte man sagen? Sehr unfreundliches Klima. Hey, kommt das auch noch da? Komme ich vor. Danke. Wer von wo was zur Hölle? Dann halt vorne durch. Hier. Idiot. Gut, gehen wir mal weiter. So, lassen Sie sich nicht festlegen. Sie müssen weiter nach Westen zur Straffbahn. Upsi. Das klingt für mich irgendwie noch geklingelt. Das klingt da. Na. Dann erst gehe ich sterben. Du nebst auch. Bist schon tot. Sehr gut. Ich muss da durch. Und dann gehe ich hier mal eine Runde drehen. damit mir keiner in den Rücken fällt. Gut. Ich glaube, ich kann weiter... Wow! Was zur... Kumpel! Ganz ruhig! Halt die Luft an! Mann, schmeiß nicht mit Raketen nach Leuten! Das tut doch weh! Nein! 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 Ich glaube, ich kann ich weiß welches ist wohl gerade nicht das allerspannendste aber ich versuche hier irgendwie zu überleben einen dünnen Fässern der bewegt sich nicht mehr aber langsam wird es wirklich langweilig ich versuche es mal hier durch gut du stehst nicht mehr auf so so Nikolai, wo ist der Teufel? Landstürme, Rutsch und Kandahar, Käpt'n Preis.